Willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2020. Willkommen zurück auf FAS LP. Es geht jetzt rein ins vorletzte Rennen der Saison und es geht nach Brasilien. Wir haben uns in der Theorie die Proposition erfahren im Qualifying. Ich habe aber einen neuen Verbrennungsmotor eingebaut und deswegen werden wir da ein paar Plätze Strafe kriegen dafür. Wir starten also ein bisschen weiter hinten. Nichtsdestotrotz geht es jetzt rein ins Rennen. Let's go! Die Formel 1 ist zurück in Sao Paulo und der heutige große Preis von Brasilien verspricht, ein weiterer Klassiker zu werden. Sebastian Vettel hat hier 2012 bekanntermaßen seine dritte WM nach Hause gefahren und 2016 konnten wir Max Verstappen dabei bestaunen, wie er eins der besten Regenrennen aller Zeiten abliefert. Ein ungewöhnliches Rennen gegen den Uhrzeigersinn hier in Interlagos, wo die Fans auf den Tribünen bei insgesamt 15 Kurven auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke überragende Sicht haben. Das Senna S, die Reta Oposta, das berühmte Infield und die Zielgerade, wo man 17 Sekunden auf dem Gas bleibt, sind die Herzstücke dieser traumhaften Strecke. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Reden wir über Rodriguez. Sie hatten ein großartiges Gesamtpaket in ein noch besseres Jahr und sie gehen dieses Grand Prix Wochenende als verdienter Champion an. Da muss ich dir beipflichten, diese Saison war ziemlich beeindruckend. Aber Champion oder nicht? Ich denke nicht, dass sie das Rennen heute ganz gemächlich zu Ende bringen. Ganz im Gegenteil. Da es nicht mehr länger um Punkte geht, muss nichts mehr riskiert werden. Daher glaube ich, dass wir uns sogar auf ein aggressiveres Verhalten einstellen können. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finish startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Vettel, Charles Leclerc und Sainz, Gasly, Perez, Arben und... und Rodriguez, Riccardo, Quert, Lance Stroll und Ocon, Schumacher, Norris, Antonio Giovinazzi und Kimi Raiköne. Magnussen, Russell, Grosjean und Nicola Latifi. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. 74 Plätze Strafe. Aber ich stehe eigentlich auf Platz 10. Okay, wir haben die Meisterschaft bereits gewonnen. Du kannst dich entspannen und das Rennen genießen. Ist dann dran, Platz 10. 74 Plätze Strafe, weil ich zwei Teile in meinem Auto umgebaut habe. Keine Ahnung, wie das alles zustande kommt. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Und ja, sieht man eigentlich irgendwo, von wo ich jetzt definitiv starte. Ich glaube von ganz hinten, weil das da ist ein Williams da drüben. Das heißt, ich starte vom letzten Platz hier in das Rennen. Das ist natürlich jetzt nicht so geplant gewesen. Aber gut, ich meine, das kann ich jetzt nicht ändern. Dafür haben wir einen kompletten neuen Motor verbaut. Neun Runden Rot, neun Runden Gelb. Das ist der Plan. Und dann würde ich sagen, geh mal rein ins Rennen. Ja, wir stehen ganz hinten. Hä, wir stehen hinter Platz 22 und oben links steht Platz 10. Ups. Oben links steht Platz 10 von 22. Und bei dem Grid stehe ich aber quasi auf Platz 23. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen buggy. Aber gut. Gut, dann schauen wir mal, was wir so leisten können, wenn wir nicht von vorne fahren, sondern wenn wir schön dem ganzen Feld hinterher fahren müssen. Zu gewinnen wird natürlich ultra schwierig, weil die vorne freie Fahrt haben und ich hier hinten elendig im Verkehr festhängen werde. Das wird ein richtiges Problem. Man muss schauen, wie weit ich dann nach vorne kommen kann. Hier hinten werde ich schon relativ schnell überholen können, aber es sind halt sehr, sehr viele Autos. Und der Abstand, selbst wenn der Abstand immer nur eine Sekunde ist, sind es direkt 20 Sekunden Abstand bis zu Platz 1. Und ich werde... Moment, droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Ich werde nicht die Pace fahren können, die ich will. Ja, dann fahr halt vorbei, Junge. So. Während ich hierher erzähle, mache ich noch Quatsch in der Einführungsrunde. Ja, ähm... Wie gesagt, ich verstehe nicht so ganz, warum. Da steht Platz 10 von 22, aber ich fahre quasi auf Position 23, obwohl es nur 22 Autos gibt. Verstehe ich nicht so ganz. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen überfordert mit 74 Plätzen Strafe. Wo auch immer die herkommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist unser Motor komplett im grünen Zustand. Und, ähm... Ja. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt einfach mal gespannt, was uns in diesem Rennen hier erwarten wird. Was da alles auf uns zukommt. Da wir schon Weltmeister sind, können wir das Ganze spannend angehen. Und, ähm... Ja. Lassen wir uns mal kurz innerhalb des Autos von der Tiefe hier aufstellen. Ganz hinten. Sehr komisch. Zwischen Platz 10 ist dann leer oder was im Grid. Da steht dann niemand. Aber jetzt steht hier dran Platz 22 von 22. Und es ist korrigiert. Ja, überhaupt kein Platz vorbeizukommen. So, dann probieren wir es hier mal außenrum. Und es hier durchzudrücken. Da kommen auf jeden Fall schon mal ein paar Plätze nach vorne. Auf Platz 9 sind wir jetzt. Drei Plätze gut gemacht. In den ersten Kurven. Das ist schon mal sehr gut. Da vorne wird wild ausgeschert. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier... ...schnell vorankommen. Die erste Runde ist ja noch nicht rum. Kollege. So, hier dranbleiben. Dann mal hier... Ja, das war natürlich nicht so gut. Bisschen... ...art Boxautomäßig war das gerade. Aber es bringt uns weitere drei Plätze. Jetzt auf Platz 16. Das ist natürlich schon mal sehr angenehm. In der ersten Runde soweit vorzukommen. Aber wir müssen noch... ...weite, weite Wege nach vorne mitgehen. ...dass wir hier um das Rennen mitfahren können. Von der letzten Position aus. Wird vermutlich am Ende nicht reichen. Aber ich sag mal eine Top 10 Platzierung. Von der letzten Startposition aus. Das wäre schon mal sehr, sehr stark. Und Norris sollten wir jetzt beim Anbremsen kriegen können. Mit dem wir hier innen reingehen. Das hat wunderbar funktioniert. Damit jetzt Platz 15. Nach einer Runde. Und jetzt müssen wir das Tempo nach vorne hochhalten. Ich mach mal die Batterie an. Und damit sollten wir jetzt hier relativ gut vorankommen. Da ist unser Teamkollege Mick Schumacher. Platz 12 unterwegs. Sehr stark. Ich geh mal hier außen vorbei. Das funktioniert dann hier innen rein. Fast unseren Teamkollegen abgeschossen. Und den Flügel hat es ein bisschen erwischt. Das ist nicht so schön. Aber es ist noch auf einem gelben Niveau. Es ist noch ertragbar. Und damit sind wir jetzt auf Platz 13 unterwegs. Jetzt holen wir uns unsere eigenen Teamkollegen hier innen durch. Und auf Platz 12 von 22 auf 12. In zwei Runden auf dem Weg. Absolute Bestzeit zu fahren. Das hat funktioniert. Oh, da war ich weit draußen. Da war ich weit draußen. Ein bisschen auf der Wiese unterwegs gewesen. Natürlich doof jetzt mit dem Frontflügel. Und hier ist schon wieder die Einstellungen verstellt. Der will mir schon wieder harte Reifen geben. Das kann ich aber nicht akzeptieren. Das geht nicht. Ich brauche die gelben Reifen nach dem Stop. Und ich glaube, ich kann mir auch nicht erlauben, meinen Flügelschaden reparieren zu lassen. Momentan ist das Feld noch ziemlich eng zusammen. Also vorne fahren die Kollegen noch nicht so weit weg. Die Mercedes. Das heißt, hier ist tatsächlich noch echt eine große Chance, da aufs Treppchen zu kommen. Und das vom letzten Platz aus. So, wenn ich hier jetzt gleich auf der Geraden unterwegs bin, kann ich jetzt auch den Flügel aufmachen, kann ich hier mal die Reifen wechseln auf die gelben. Und jetzt die Batterie nutzen. Jetzt können wir gleich den Flügel aufmachen. Stroll zwar auch. Aber dann sollten wir da vielleicht vorbeikommen. Jetzt hier auf der Geraden, spätestens beim Anbremsen. Gehen wir innen rein. So. Das war Landstroll. Und ein weiterer Platz nach vorne. Ab auf Platz 11. So. Hier geht es ein bisschen weit raus. Nicht so schlimm. Dranbleiben an Riccardo. Hier ein bisschen innen reinschauen. Da kommen wir noch nicht vorbei. Aber die kommen vorne noch nicht so weg. Nur Hamilton setzt sich vorne ein bisschen ab. Wenn Hamilton ganz vorne ist. Ich weiß es nicht. Oder Spott ist derjenige, der ganz vorne unterwegs ist. Der kommt jetzt ein bisschen weg. Der Rest vom Feld ist noch eng zusammen. Jetzt gehen wir hier innen rein. Und damit den nächsten überholt. Das war Riccardo. Jetzt Alex Elbon, der nächste auf der Liste. Aber Riccardo hat noch ein Problem mit uns. Der möchte seine Position wieder haben. Möchte ich ihm aber nicht geben. Jetzt fährt er uns hinten ins Auto rein. Da hat er aber soweit nichts kaputt gemacht. Gaudi da. In die Top Ten vorgefahren. Nach gut vier Runden. So, hier mal außenrum probieren. Ob hier irgendwas geht. Jetzt hier innen rein anbremsen. Vorbei an Alex Elbon. Und ab auf Platz neun. Perez der nächste auf der Liste. Jetzt die Batterie zur Hilfe nehmen. Und den Flügel auf. Es sollte reichen, um Perez beim Anbremsen zu kriegen. Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Nicht ganz. Dafür eine neue schnellste Rennrunde. Mal schauen, ob wir ihn jetzt hier beim Anbremsen kriegen. Das sollte klappen. So. Das war Perez. Und Albon hat Perez Ja, Perez hat Albon noch überholt. Glaube ich. Vettel jetzt der nächste auf der Liste. Da kann man noch nicht vorbei. Und ich glaube, man muss noch sagen, dass sie den Flügelschaden nicht reparieren sollen. Weil das kostet zu viel Zeit. Dann verlieren wir wieder Plätze. Das Auto lässt sich gut fahren. Trotz Flügelschaden im Moment. Da will ich keine Zeit verschwenden. Und damit wieder ganz viele wertvolle Plätze verlieren. Sechs Runden von acht sind absolviert. Das erste Drittel des Rennens ist geschafft. Wir sind nicht so schnell auf den Geraden unterwegs. Wegen dem Flügel. Solange aber alles hier noch auf einem Haufen ist, ist es nicht so relevant. Dann kann er uns die Batterie helfen. Und dann bleibt man dran an Vettel. Ich gehe jetzt hier innen rein. Da will er auch rein. Das dachte ich mir schon. Dann gehen wir hier außen rum. Er ist direkt neben ihm. Und jetzt sind wir vorbei. Und damit auf Platz sieben angekommen. Und die vorne kommen nicht wirklich weg. Kommen nicht wirklich weg. Bottas oder Vettel. Äh, Bottas oder Hamilton auf jeden Fall. Der vordere Mercedes. Der kommt leicht weg. Einen leichten Vorsprung. So, das war jetzt Carsley. Dann sind wir auf Platz sechs angekommen. Der kommt leicht weg. Aber auch noch nicht wirklich. Und ich mache mal Flügelschaden. Reparieren auf Auto. Ha, ich weiß es nicht, ob ich das riskieren kann, den zu reparieren. Aber man sieht es ja auf der Geraden. Auf der Geraden kommt Carsley dann wieder nach vorne. Deswegen lasse ich das Ganze mal. Auf Auto. Und holen wir eine neue Nase. Das bringt ja alles nichts. Auch wenn mich das dann wieder Plätze kostet. Aber von Platz 22 auf Platz sechs vorgefahren ist schon mal sehr, sehr stark. Sainz, Verstappen. Und dann sind auch die beiden. Mercedes, Hamilton ist auf drei, dann Leclerc zwei und Bottas ist auf Platz eins unterwegs. Aber da ist immer direkt dran. Es wäre echt schade, das wegzuwerfen, nur weil der Flügel kaputt ist. Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Crew bald nachlassen wird. Ich riskiere es jetzt einfach mal und repariere den Flügel nicht und probiere damit fertig zu fahren und die Plätze zu behalten und nicht wieder Plätze zu verlieren. So, das war jetzt Sainz. Den haben wir überholt. Und am Ende der nächsten Runde gibt es frische Reifen. So, die gehen jetzt schon wechseln. Verstappen und Hamilton gehen wechseln. Ich bleibe draußen. Genauso wie Leclerc und genauso wie Bottas. Von 22 auf 3 vorgefahren. Das ist sehr, sehr gut. Und trotz kaputten Flügel kann ich hier mit Leclerc mithalten. Wir reparieren den Flügel nicht. Wir nutzen jetzt die freie Fahrt, die wir haben auf der einen Runde. In Richtung Boxenstopp. Holen uns dann frische Reifen, lassen den Flügel nicht reparieren. Und kommen dann auf einer guten Position raus, wo wir die Chance haben, das Ding hier zu gewinnen, obwohl wir vom letzten Platz aus losgefahren sind. Weil wenn wir jetzt den Flügel wechseln gehen und den reparieren lassen in der Box, dann kostet uns das wahrscheinlich so viele Plätze, dass am Ende die Führungsspitze einfach davon fährt. Während wir am Überholen sind von den Leuten weiter hinten. Hinter die wir dann zurückgefallen sind, so Leclerc geht jetzt auch in die Box, schätze ich. Geht nicht in die Box, der bleibt draußen. Aber wir gehen in die Box. Holen frische Reifen. Da kommen noch viele mehr rein. Sainz kommt rein, Vettel kommt rein. Perez kommt rein. Und behalten auf jeden Fall die Plätze, verlieren in der Box keine Plätze. Und da außen, da draußen, da ist Leclerc, glaube ich, unterwegs, direkt neben uns. Oder ist das einer der, nein, das ist Raiköhnern, das ist einer von den Alpha, Promeos. So, also weiterhin angeschlagener Flügel. Platz 10. Und frische, gelbe Reifen. Na, dann schauen wir mal, dass wir da noch so reisen können. Also wir waren quasi gleich auf mit Leclerc auf Platz 2, als wir in die Box abgebogen sind. Und er noch eine Runde weitergefahren ist. Und Bottas war so 2-3 Sekunden davor. Also es könnte noch höchst interessant werden. Wo die jetzt aus der Box rauskommen. Mick Schumacher auf Platz 7 unterwegs, aber nur, weil der halt noch nicht in der Box war. So, die gehen jetzt rein in die Box. Mick Schumacher, weiß ich nicht, ob der weitergefahren ist oder auch in die Box abgebogen ist. Habe ich jetzt nicht so genau gesehen. Der Claire jetzt, der Claire ist da neben uns auf dem Boxenausgang unterwegs. Den haben wir jetzt überholt. Dadurch, dass er weitergefahren ist mit alten Reifen, wie wir mit den neuen Reifen in der schnelle Runde gefahren sind. Und jetzt ist die Frage. Mick Schumacher vor uns auf Platz 4. Sensationelles Rennen. Komplett absurd. Mick Schumacher quasi in der 11. Runde immer noch auf roten Reifen unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Okay, absurd. Er würde jetzt natürlich richtig Plätze verlieren, wenn er in die Box geht. Aber dass wir uns mal im Rennen so begegnen mit Platz 4 und Platz 5. Das hatten wir diese ganze Saison auch noch nie mit unserem Teamkollege. Sehr, sehr cool. Dem seine Reifen müssten natürlich jetzt eigentlich ziemlich abgefahren sein. Da kommen wir hier gut vorbei. Okon ist noch vor uns, der auch noch weiter gefahren ist. Gastel jetzt in der Box, Okon auch in die Box. Und jetzt ist die Frage, wie weit ist der gute Bottas vorne? Und können wir trotz kaputten Flügel das noch aufholen? Er kommt gerade raus. Da ist er am rausfahren aus der Box. Er fährt raus und wir werden ziemlich nebeneinander auf der Strecke ankommen. Und ich bin vorne, ich bin vorne vor Bottas auf Platz 1 nach 12 Runden, also nach gut 11 Runden von Platz 22 auf Platz 1 vorgefahren mit kaputten Frontflügel. Sensationell. Was in diesen Rennen alles abgeht. Unglaublich. Und jetzt geht es natürlich hier ganz konzentriert zu fahren, um alles zu kämpfen und nicht so eine Scheiße hier zusammen zu fahren. Bottas und Leclerc direkt hinter mir und die wollen natürlich den Platz hier vorne. Und die sind natürlich auch richtig gut unterwegs, was die Zeiten angeht im Vergleich zu mir, weil mein Frontflügel einen Knacks hat. Das ist das Problem. Aber es sind außerhalb vom DRS-Fenster. Das heißt, der Flügel darf schon mal nicht aufgemacht werden. Das ist eine richtig große Hilfe. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum Bottas jetzt auf harte Reifen wechselt. Statt sich Gelbe zu holen, mit denen er doch viel schneller ist. Und es sind ja nur noch sechs Runden zu fahren. Also wegen der Haltbarkeit kann es keine Frage sein. Gastliebe auch auf hart gegangen. Verstehe ich nicht. Jetzt wieder zwei Sekunden Vorsprung vor Bottas. Gut rausgefahren auf der Geraden. Da ist die Speed von den Gelben dann einfach deutlich besser als die von den harten weißen Reifen. Auch wenn hier die Kurven nicht so schnell gehen, weil ein bisschen der Anpressdruck fehlt vom Flügel. Es reicht, um deutlich vorn zu bleiben, den Abstand sogar noch ein bisschen zu vergrößern. Und hier tatsächlich die sensationellste Aufholjagd der kompletten Saison zu schaffen. Wenn ich das dann wirklich ins Ziel bekomme. Absolute Bestzeit in Sektor 1 und Sektor 2. Weil ich jetzt natürlich freie Fahrt habe hier auf dieser Strecke. Da haben wir quasi über unseren Boxenstopp und die erste schnelle Runde auf den gelben Reifen. Während Leclerc und Bottas auf alten Reifen weitergefahren sind, eine beziehungsweise zwei Runden. Wir haben uns die Positionen geholt. Hamilton jetzt auf Platz 5 vorgefahren. Hinter Sainz und Leclerc. Und Hamilton ist wohl auf gelben Reifen losgefahren. Oder auf harten sogar. Der hat jetzt frische Rote. Der kann natürlich nochmal richtig angreifen. Gegenüber Sainz. Leclerc dürfte zu weit weg sein. Und wir kommen immer weiter weg von Bottas, der das Tempo nicht mitgehen kann. Trotz kaputten Flügel. Da sind einfach die gelben Reifen deutlich schneller als die weißen. Und damit können wir das schaffen. Hier sind es gleich noch vier Runden zu absolvieren, wenn die hier rum ist. Hier den Sieg zu holen nach einem Start auf Platz 22. Das war natürlich auch nur möglich, weil ich in den ersten zwei Runden viele überholen konnte. Und weil das Feld sich nicht wirklich auseinandergezogen hat. Weil vorne Bottas sich nicht absetzen konnte. Das Feld komplett zusammengeblieben ist. Und ich dann, als ich freie Fahrt hatte, halt ein, zwei Sekunden schneller war. Auf der Runde. Und damit die Position gewonnen habe. Und jetzt sind es 5,4 Sekunden vor Bottas. Der hat jetzt einen Kampf mit Leclerc am Hals, der nicht mal eine halbe Sekunde hinter ihm klebt. Deswegen DRS benutzen darf. Und auch die schnelleren Reifen hat mit dem Medium in gelb. Das dürfte noch interessant werden, ob Bottas den Platz 2 halten kann. Oder ob Leclerc da die Ambitionen durchdrückt und da vorbeikommt. Und dann ist erstmal eine größere Lücke zu Sainz und dann nochmal eine kleine Lücke zu Hamilton. Das ist auf jeden Fall sensationell. Auch, dass wir Mick Schumacher gesehen haben. Weil er einfach elf Runden mit seinen roten Reifen draußen geblieben ist. Und dann auf Platz 4 da ganz munter durch die Gegend gefahren ist. Sensationell. Also ein Rennen. Das vorletzte Rennen der Saison, das nochmal ganz viele neue Dinge so bringt, die wir die ganze Saison lang nicht hatten. Sehr, 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 sehr cool. So. Drei Runden müssen wir noch absolvieren. Bis unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 30,7 Sekunden. Bis wir unser kleines Wunder, sagen wir mal, geschafft haben. Unsere sensationelle Aufholjagd. Jetzt sind schon sieben Sekunden Vorsprung vor Bottas. Der natürlich auch nicht Ideallinie fahren kann, wenn er im Zweikampf mit Leclerc da verwickelt ist. Auch starkes Rennen von Sainz, der sich da auf Platz 4 hält. Und wenn er sich gegen Hamilton verteidigen kann und der nicht näher kommt, dann wird er auch auf Platz 4 wohl ins Ziel kommen. Gut. Das machen wir. 74 Plätze. Strafversetzung ist immer noch lustig. Und selbst das bringt nichts, wie man sieht. Platz 22 gestartet. Und jetzt zwei Runden vor Schluss auf absolutem Siegeskurs unterwegs. Mit bald neun Sekunden Vorsprung vor Bottas. und Leclerc mit gleichem Abstand direkt dahinter jetzt. Jetzt muss er nur noch vorbeikommen. Und da ist er vorbei. Ich frage, ob er vorne bleiben kann, aber wenn er ein bisschen Abstand dazwischen bringt, dann hat man gesehen, dass er schneller ist. Und dann sollte Bottas keine Chance haben, den Platz zurückzuholen. Dann gewinnt Rodriguez vom Platz 22. Vor Leclerc auf 2. Bottas auf 3. Sainz auf 4. Und Hamilton auf 5. Das ist der aktuelle Stand. Naja gut, drei Runden Benzin ist sehr entspannt, wenn man nur noch eine Runde zu fahren hat. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Und ich habe mal kurz gezählt, weil der in der Anmod ja meinte, man kann 17 Sekunden auf dem Gas stehen bleiben. Auf der langen Geraden, das passt schon ungefähr. Ich habe halt ein bisschen zu langsam gezählt, aber so zwischen 15 und 17 Sekunden kann man da auf jeden Fall auf dem Gas stehen bleiben. Das ist sehr, sehr cool. Und Leclerc setzt sich deutlich ab von Bottas, schon fast eine Sekunde davor. Das ist einfach die schnellere Reifenmischung. So. Und gleich haben wir es geschafft. Noch einmal hier hoch. Und dann geht es gleich das letzte Mal über Start und Ziel. Und dann gewinnen wir hier als Weltmeister in Brasilien. Den, glaube ich, das, glaube ich, siebte Rennen in Folge. Und das sogar von Startplatz 22. Sehr, sehr cool. Und gleich ist es geschafft. Dann ist das vorletzte Rennen der Saison das fahrerisch wohl am stärksten angelegte. Wow. Wow, 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 wow. Phoenix aus der Asche. Errungenschaft freigeschaltet. Das ist vermutlich gering, gering, äh, geringe. Gewinne ein Rennen vom letzten Platz aus. Fahrer des Tages haben wir wohl absolut verdient. Das war ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Ja, die war auch davor schon entschieden. Den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Wow. Bin selber ein bisschen, ein bisschen flashed, dass wir so gut da nach vorne gekommen sind. Dieses Rennen würde durch die Geschwindigkeit und überaus geschickte Überholmanöver entschieden. Innen, außen, angeschnitte Kurven. Wir haben heute alles gesehen. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass ein Rennen auf diese Weise entschieden wird. Ich glaube, dieses Rennen hat sogar den Touristen gefallen. Hm. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Wieder Leclerc und Bottas. Dieses Mal nur andersrum Leclerc auf zwei und Bottas auf drei. Im Vergleich zum letzten Rennen. Und was sich nicht ändert, Ramon Rodriguez. Ganz oben auf dem großen Einsertreppchen. Da, wo wir uns am wohlsten fühlen. Sehr, sehr cooles Rennen wirklich. Bin immer noch ein bisschen flashed, dass ich das geschafft habe. Sehr cool. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Rodriguez. Man muss sich nur ansehen, wo er begonnen hat und wo er jetzt steht. Es ist alles andere als einfach, das Feld in der Formel 1 so aufzurollen. Wirklich eine grandiose Leistung. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichert. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Mick Schumacher auf Platz 16. Also Platz 14 gestartet, hat ein bisschen was verloren. Aber Platz 16 immer noch ein ganz gutes Resultat für ihn, finde ich. Leclerc stark von 5 auf 2 gefahren. Sainz von 6 auf 4. Hamilton von 2 auf Platz 5 zurückgefallen. Natürlich bitter für Stappen von 3 auf Platz 6 zurückgefallen. Das war es also vom vorletzten Rennen der Saison. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hoffentlich dann von einer entspannteren Startposition, wollte ich sagen. So, genau. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder zum Qualifying vom letzten Rennen der Saison. Und das war es von diesem Video hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Leute.